Heureka, es ist geschafft, ich gebe mal zwei Daumen hoch, am Mittwoch wurde das Solarpaket 1 endlich im Bundesanzeiger veröffentlicht und hat damit ab Donnerstag letzter Woche, also jetzt, Gültigkeit und ja, das ist erstmal ein kleiner Meilenstein, wir haben ja ewig auf Solarpaket 1 letztlich gewartet, wir haben auch schon einiges darüber vorher berichtet, ich habe ja schon ein paar Sachen angeteasert, Balkonkraftwerke und, 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 habe so ein paar Kleinigkeiten schon mal erklärt, die sich da auf jeden Fall ändern und Mieterstrom und, 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 gut. Ich habe euch aber ja versprochen, dass ich eine umfassende Serie über Solarpaket 1 machen will, wie uns das betrifft, das heißt, wo man als bauwilliger Vorteile haben kann oder auch Nachteile haben könnte oder, oder, oder. Und damit möchte ich heute beginnen und zwar mit dem Teil der erhöhten Vergütung. Also es gibt einen Spezialteil, der sich um die Vergütungshöhen beschäftigt und mit dem möchte ich heute beginnen, weil bis auf Pfingsten können wir ja mal eine gute Nachricht machen. Wie gesagt, das Gesetzespaket ist in Kraft bis auf zwei, drei kleine Ausnahmen, die stehen unten unter dem, in dem Bundesgesetzblatt. Leider kann ich euch nicht benennen, wie diese Ausnahmen sind, weil irgendwie ist in dem Gesetz das, sind diese Paragraphen nicht mal wirklich zu finden. Aber gut, wir versuchen da erstmal mit zu arbeiten. Damit, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Grundsätzlich, mal zu dem, zu dem veröffentlichten Gesetzblatt, ich gehe da nochmal eben kurz rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid. Ich kann nicht mal den Inhalt dieses Videos in dem Bundesgesetzblatt wirklich wiederfinden. Ich werde euch gleich zeigen, woher ich den Inhalt oder wie ich den Inhalt habe. Das ist auch wohl alles wirklich so. Aber hier stehen also wirklich, es ist kein Gesetzestext in dem Sinne, es ist nur, die Inhaltsübersicht wird geändert, das wird geändert, dies wird geändert. Man kann also die Paragraphen, findet man hier im Grunde genommen eigentlich fast gar nicht. Und irgendwie einen Inhalt festzustellen anhand dieses Sammelsuriums, das ist also im Grunde genommen genau der Unsinn, der vorher war. Also dieses, ja wir ändern das Gesetz so und da den Paragraphen und den Unterparagraphen und das, da wird dann ist zugefügt und unzugefügt. Ganz ehrlich, ich meine, ich bin, ich bin ja Studierter. Studierter, ich meine, wissen ja einige, dass ich mal studiert habe. Und denke eigentlich, dass ich nicht ganz blöd bin. Aber ganz ehrlich, da schaue ich auch so nicht mehr durch. Da muss ich mir auch helfen mit Veröffentlichungen von Leuten, die schlauer sind als ich. Hoffe ich wenigstens, dass sie schlauer sind als ich. Und versuche dann meine Videos anhand von anderen Inhalten zu gestalten, was da so drin steht. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich immer gerne der Typ, der euch sagt, hier im Paragraphen das und das steht das da und da ganz exakt drin. Um immer sicher zu sein, dass ich auch Realitäten hier veröffentliche und nicht irgendwelche Gerüchte, die irgendeiner mal einfach so aus Jux ins Internet geschrieben hat. Könnte ja auch mal passieren. Wird aber nicht passieren. Die Quellen sind schon seriös, die ich da nutze. Gut, also die Änderung, die ich hier heute zeige, also was das Solarpaket 1 verändert. Das Solarpaket 1 beendet einen kleinen Webfehler in der Einspeiservergütung. Ich habe das ganz, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die Entwürfe des EEG 2023 kamen, da war PV ja sehr, 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 sehr teuer. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass es halt so ein Ding gibt, das mich persönlich sehr stört. Und das zeige ich euch jetzt auch mal, was das ist und woran das liegt. Und zwar, wir haben ja hier die Vergütungshöhen. Das ist also die Seite der Bundesnetzagentur, kann ich auch gerne mal unten verlinken. Das sind also die aktuellen Vergütungshöhen bis zur Leistung von 10 kW, 40 kW, 100 kW. Ich sage nochmal eben dazu, weil das immer wieder kommt, wenn ihr jetzt 40 kW bauen würdet, dann würdet ihr natürlich die Leistung bis 10 kW, die Vergütung bekommen, also Überschusseinspeisung. Und das, was der Anteil über 10 kW, also 30 bis 40, würde es dann das geben, wenn ihr bis 100 kW baut. Wie gesagt, gibt es für den Rest dann das. Also es ist immer, es ist, man muss das ein bisschen anders ausrechnen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich baue nicht über 40, weil dann kriege ich ja nur noch 7,03. Sondern, beziehungsweise, ich baue nicht über 40, dann kriege ich ja nur noch 5,74. Sondern ihr könnt auch über 40 bauen, dann kriegt ihr aber bis, für den Anteil des Stromes, den diese 40 kW sozusagen geleistet haben oder produziert haben, kriegt ihr dann das. Und für das bisschen da drüber kriegt ihr dann das. So, und da ist genau auch der Webfehler. Denn, desto größer ich die Anlage baue, und ich sage ja immer, mach die Dächer voll, desto niedriger ist die Vergütung. Im Moment haben wir ja eigentlich ja noch eine neue Grenze, nämlich die 30 kWp, die dann eben das Problem der Steuer und dergleichen ausmachen. Aber wenn ich jetzt über 30 kWp baue als, in einer Einzelanlage, dann habe ich, bin ich eh im gewerblichen Bereich. Das heißt, das, was ich jetzt brichte, ist im Grunde genommen eine gewerbliche PV-Anlage. Da gibt es aber auch keine Umsatzsteuerbefreiung und dergleichen und so fort. Das müsst ihr dann alles als Gewerbe machen. Und, äh, aber wie gesagt, hier ist eben der Webfehler, dass man, wenn man dann, desto größer man baut. Und jetzt sagen wir mal, ich habe, keine Ahnung, eine Scheune. Oder noch besser, ein besseres Beispiel. Ich habe, sag mal, ich baue auf eins meiner Gewächshäuser PV. Und da komme ich dann auf eine Leistung von, sagen wir mal, ca. 80 kWp. Dann würde ich ja dafür bestraft, dass ich so groß baue. Ich könnte ja besser sagen, ich baue in diesem Jahr 40 und baue im nächsten Jahr nochmal 40. Ich habe wieder die 80, kriege aber dann im Prinzip diese Vergütung. Beziehungsweise ich kriege ja diese, wenn es eine Volleinspeisevergütung ist. Das wäre wieder anders. Da könnte ich dann theoretisch auch gleich bis 80 bauen. Aber man würde also eigentlich dafür bestraft, dass man größer baut. Und dieser Webfehler, dieser Webfehler, der hat mich seinerzeit schon gestört. Also, desto größer ich baue, desto weniger Vergütung bekomme ich. Ich habe ja damals schon angerichtet, eigentlich müsste es eine Stufe geben, ab der man dann sogar wieder mehr Vergütung bekommt, um anzureizen, dass man dann Flächen auch voll baut. Und tatsächlich ist dies jetzt auch in dem Sinne passiert. Und zwar wurde die Vergütung angehoben für Anlagen von 40 bis 100 kW um 1,5 Cent. Das heißt, wenn ihr eine Eigenversorgungsanlage baut, eine Überschusseinspeiseanlage, dann bekommt ihr nicht mehr 5,74 Cent, wenn ihr über 40 kWP baut, sondern ihr bekommt dann plus 1,5 Cent 7,24 Cent. Was jetzt leider mir nicht wirklich klar ist, beziehungsweise was wahrscheinlich aber so ist, und das haben sie hier auch geschrieben, bei der Volleinspeisung dann 12,29 Cent. Das heißt also, theoretisch würde man, wenn man nur 40 kW Volleinspeisung baut, nur 10,79 Cent bekommen und über 40 kW dann die 12,29 Cent. Wobei, wie gesagt, das ja immer nur der Anteil ist, der über 40 kW gebaut wird. Das heißt, wenn man dann eine richtig große Anlage baut, bekommt man am Ende tatsächlich entsprechend für den Anteil darüber deutlich mehr Vergütung. Das ist also komplett neu. Und ja, also man muss jetzt eine Mischvergütung andersrum berechnen sozusagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich habe diesen Anteil 7,03 Cent, das heißt, die Vergütung ist dann niedriger für den Anteil bis 40 kW und für einen Anteil über 40 kW, wenn ich jetzt mal 99 kW P baue, dann muss ich also theoretisch oder kann ich theoretisch hier den Anteil entsprechend dazu rechnen. Das ist allerdings ein bisschen tricky. Das kann man nämlich so einfach, das würde sich normal nur dann lohnen, wenn man auch entsprechenden Eigenverbrauch hat, um sagen wir mal eine 99 kW Anlage eigenverbrauchsmäßig zu betreiben. Ich denke einfach, das Problem ist dann, dass da noch zu viele kWh sonst ins Netz gehen für eben deutlich weniger als der Volleinspeisetarif, der dann auf 12,29 Cent erhoben wird oder gehoben wird, beziehungsweise 10,79 für die kleinere Anlage wäre. Es wird wahrscheinlich günstiger sein zu sagen, wenn ich jetzt einen relativ niedrigen Verbrauch habe, hier entsprechend für meinen niedrigen Verbrauch meine Eigenversorgungsanlage zu bauen und für den darüber gehenden Verbrauch die Volleinspeisungsanlage zu bauen, weil die halt besser vergütet wird. Aber es macht natürlich Sinn zu sagen, wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Dach habe, baue ich eine PV-Anlage zur Eigenversorgung und eine als Volleinspeisung hier mit dem maximalen Satz. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich es habe, zum Beispiel, ich habe ja meine 29,29 für die Überschusseinspeisung, 29,29 kWp auf dem Hausdach und den Nebengebäuden und, und, und. Wird aber ja auch noch mehr und könnte ja theoretisch sagen, ich baue jetzt eine reine Volleinspeiseanlage auf eins meiner Gewächshäuser. Und, äh, ja, Moment, ich muss mal eben hier die... Was mich, äh, an dem Ganzen noch ein bisschen wundert, ist, ich habe ja eben noch schon die Seite der Bundesnetzagentur gezeigt, ähm, das ist die, wie sie hier, die ja die offiziellen Vergütungen zeigt. Hier ist zum Beispiel, äh, die Anhebung noch gar nicht drin. Das ist also, wie gesagt, entweder sind, haben die noch ein bisschen geschlafen, oder sie gleichen das noch an. Also, ja, ich werde das hier auch unten verlinken. Also, wenn ihr danach irgendwas bauen wollt, dann macht das erst, wenn hier die entsprechenden Vergütungssätze dann auch drinstehen, weil, ja, gut, es kann natürlich jetzt sein, das ist jetzt ja auch alles mitten in der Woche passiert. Und ich war auch völlig verwundert, dass das am Mittwoch plötzlich online ging und am Donnerstag dann schon Gültigkeit hatte. Und die Paragrafen kann man irgendwie noch nicht finden und, 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 und. Also, von daher natürlich dann erst, äh, die Pläne könnt ihr natürlich immer machen. Den Bau dann bitte erst, wenn die offiziellen Vergütungen dann auch bei der Bundesnetzagentur offiziell gemacht worden sind. Äh, wie gesagt, was mich halt noch so ein bisschen, ähm, hat ja hier die, die, der Förderverein, der Solarenergieförderverein, da, äh, reingeschrieben, dass also auch die Volleinspeisung 1,5 Cent mehr bekommt. Da weiß ich noch nicht, ob das wirklich so sein wird. Also, äh, wie gesagt, ich kann das Gesetz halt in dem, in dem Punkt, den Punkt finde ich nicht. Wenn einer von euch den Punkt findet, wo das drinsteht, wie das geregelt ist, der bitte mal unter das Video schreiben. Also, ich hab mich dusselig gesucht. Ich konnte es leider nicht rausfinden. Das ist eigentlich immer ein bisschen traurig, weil eigentlich bin ich ja dafür da, euch diese Punkte zu suchen. Aber, auch ich hab meine Grenzen. Und in diesem Wirrwarr der Paragrafen war es sehr schwer möglich. Aber, wie wirkt es sich denn jetzt aus? Also, es ist ja, ne, also, ich hab ja jetzt eben vorhin mein Beispiel gebracht, dass ich, sagen wir mal, ich baue eine 80.000, eine 80k WP-Anlage auf mein Gewächshaus, also, auf eins meiner Gewächshaus. Das ist tatsächlich auch ungefähr so der Plan, dass das irgendwann kommt. Ihr kennt ja so meine drei Gewächshauser, die so nebeneinander stehen, die großen. Und ganz rechts, das große, das soll irgendwann auf jeden Fall mit PV belegt. Wir werden wahrscheinlich das in der Mitte dann später, wenn ich in Rente bin, auch nochmal. Aber irgendwann, wie gesagt, wenn ich das eine nicht mehr so brauche, dann soll da ruhig PV drauf. Und da passen ungefähr 80k WP drauf. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Dann würde ich also einmal für 40k WP, also, ich würde sagen, 80.000 Kilowattstunden speise ich da im Jahr ungefähr dann mit ein. Dann würde ich für 40.000 Kilowattstunden 10,79 Cent bekommen. Und für die, ähm, für die anderen 40.000 Kilowattstunden würde ich dann 12,29 Cent bekommen. Was also netto heißt, dass ich eine, dass ich von den 1,5 Cent im Prinzip dann natürlich nur die 0,75 Cent mehr bekomme. Was aber immerhin dann auf, äh, 20 Jahre ja 12.000 Euro mehr Einspeisevergütung bringen würde. Also auch nicht ganz unerheblich ist. Da kann man schon viele Module verkaufen aktuell. Da muss ich auch sagen, eigentlich ist das alles ein bisschen, in Anführungsstrichen, schon fast zu spät. Klar, man hätte da, dass man da was angleichen kann. Aber eigentlich ist das jetzt schon, ähm, takken too much, in Anführungsstrichen. Aber, ja gut, kann man, man kann die Sache kritisch sehen. Ihr könnt auch gerne unter dem Video, ähm, kommentieren, wie ihr das seht. Ich finde das für Überschusseinspeisungen in dem Sinne nicht unbedingt schlecht. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen gewerblichen Betrieb habe und brauche sehr, sehr viel Strom. Ich grüße mal den, äh, Norman an dieser Stelle. Der hat ja eine relativ große PV gebaut, um seinen Kiosk, ich glaube, ein Kiosk oder eine Gaststätte ist das, damit zu betreiben. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade für dich, Norman. Ich glaube, du hast einen ganz, ganz doofen Betriebnahmezeitpunkt gehabt seinerzeit. Ähm, aber letztlich wäre das natürlich genau für solche ideal, die also auch im Prinzip einen relativ ordentlichen Stromverbrauch haben. und, äh, können eine Überschusseinspeisung bauen, die 40, 50, 60 KWB oder so hat. Also, man 40 ja sowieso, aber darüber irgendwie 60, 70 hat. Und wenn sie dann eben diese 20 mehr bauen, als sie eigentlich brauchen, kriegen sie dafür dann halt auch eine relativ gute Vergütung. Sodass es sich also auch lohnt, das Dach, wenn es ein großes Dach ist, richtig vollzubauen. Gut, das soll letztlich jetzt hier mein erstes Video zum Thema, äh, Solarpaket gewesen sein. Wenn ihr, ähm, Entschuldigung. Wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt zum Thema Solarpaket. Also, ich werde jetzt sukzessive immer mehr Videos auf die einzelnen Punkte des Solarpakets machen. Ähm, dieses war jetzt etwas unverbreitet. Ich gebe das zu. Ich hatte eigentlich ein Video zum Thema Repowering vorbereitet. Leider hat ein anderer YouTuber jetzt gerade das Thema vor kurzem auch aufgegriffen. Ich grüße dich mal, Martin. Und, ähm, dann war das jetzt ein bisschen blöd, dass also meine gesamten vorbereiteten Dinge an einem Praxisbeispiel zum Thema Repowering jetzt gerade ein bisschen ungünstig waren. Also, ich wollte jetzt nicht auch zum Thema Repowering gleich danach ein Video machen. Ich mache aber das Video zum Thema Repowering noch, weil das anders ist. Und weil ich da auf einen praktischen Fall eingehe und was das in diesem Fall tatsächlich auch bringt, Repowering wird kompliziert. Und, äh, da muss man sehr viel rechnen. Und ich will natürlich versuchen, weil ich da auch Anfragen von meinen Zuschauern habe, die jetzt also auch da in diese Richtung gehen wollen. Und, ähm, ihr wisst ja, ich mache ja über die Ich-Bau-PV-Mitgliedschaft immer Beratungen und eigentlich Angebotsberatungen, aber natürlich auch immer was zu den Plänen und dergleichen und so fort. Und, ähm, da haben natürlich auch Zuschauer jetzt gefragt, die ältere Anlagen haben und repowern wollen, ob sich das für sie lohnen kann oder nicht. Wir haben da ein paar interessante Fälle oder ich habe da ein, zwei interessante Fälle rausgesucht oder eigentlich einen, den ich euch zeigen will. Und, ähm, ja, wie gesagt, da werden sicherlich noch sehr viele interessante Fälle kommen. Aber deswegen, wie gesagt, das Video zum Thema Repowering mache ich extra. Vielleicht am nächsten Wochenende, vielleicht irgendwie in dieser Woche, das muss ich noch sehen. Ich bin zeitlich im Moment sehr eingespannt, auch immer noch ein bisschen kränklich. Das kommt aber alles. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Pfingstmontagmorgen und ciao, ciao!